Fortnite-Böll-Royal mit dem lieben Tiger, was geht. Und? Und die Mr. Was geht die das an? Also ich kann den Namen nicht, aber ich nenne dich jetzt einfach Mr. Was geht die das an? So. Wir sind gerade rummelden, du kommst lang so hoch. Ja, dann mache ich da weile am Dingser-Muster, ähm, Arena-Solo. Äh, äh, Kibang-Gegner, ich hab schon zugehört, ich hab schon, ja. Ich hab 6-9-1-Welt-Shift. Ja, da, guck da hin. Weil SO war die Mietengebäude in der Mitte, er läuft. Okay. Okay. Hier noch mal den Shop. Warte mal. Aber probier nichts, ich hab keine Mietze. Ich auch nicht. Warte, 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 warte. Wie lang, wie lang. Komm mit. Ich hab nur noch mal was gewöhnt. Der Schwarze Ritter und ein Laufgel. Ich hab einer, hat uns gesehen? Hat der uns gesehen? Nee, hat man nicht. Einer hat, der schwarze Ritter hat sich geratschelt gesucht. Wollen sie, wollen wir gleich dran nehmen? Wir schießen gleich. Ja, wir haben uns gesehen, glaub ich. Ja, wir haben uns gesehen. Kopfballer frei. Ah, nein, hier, komm weg. 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 Erst, erst Elkball rum. Ich weiß. Schlagverlitter. Ich? Ja. Warte, ich lefte. Warte, das war's im Stream. Also, ich hab jetzt hier, ja, euch noch mal gezeigt, was hier, also, ach, wie fällt nun. Der Gäste ist halt dieses Wohl entstanden. Also, das ist nicht das... Nö, geh mal mit raus. Ich mach gleich hin. Auf, ähm, YouTube? Nein. Äh, also nicht. Maurice. Wie heißt das auf YouTube? Äh, Ghost Maurice Burkhard. Was? Da ist schon mal Realität. Maurice. Wie? Maurice. Maurice. Guck mal, der kam heute in den Shop rein, aber ich hatte den schon vorher. Da ist nicht mal ein Shop, aber... Das ist so ein Shop. Knie-Klatscher. Ach so, Knie-Klatscher, ja, das. Ich dachte, jetzt den hat's gemacht. So, man hat's doch abgemacht. So, man hat's doch abgemacht. So, man hat's doch abgemacht. Äh... Äh... Sei leise. Ähm, Ghost Maurice Burkhard. Das Burkhard. Das Burkhard würde ich noch wegnehmen. Weil das gleich... Äh, Scheiße. Das klingt irgendeine Scheiße mit dem Burkhard. Wir schauen nicht so. Äh, bis jetzt noch gar keiner. Weil ich erst seit ein paar Minuten YouTube hab. Und da macht einfach Begrüßungen, ohne ist einer was. Ja. Nenne, weil meine Freunde wissen... Also, Mavi... Mein Freund Mavi weiß Bescheid. Neul, da sind vier Markierungen. Da hab ich nicht mal zu Towers markiert. Der Burkhard hat geschrieben. B... U... Kanar. Also, B... U... R... R... K... R... I... R... T... Du musst weiter runter scrollen. Keine weiteren Ergebnisse. Ja, dann gibt Rico Burkhard ein. R... I... Z... O... Man hat ein paar Dreck, man! Post Maurice... Ich bin nicht zufrieden. Äh, Dürnberger. Guck einfach bei PS4 auf meinen links nach. Du magst über du. Oder was ich schick dir gleich meinen Link. Also, das Ding ist... will ich gleich gestartet. Zehnam auf platform Punk Gott. P... Na D... Nein. hết. Gneimlai? slipping. Ja, es war extrem. Soll ich mich so Crime Ron... warte ich mache ich habe fünf videos hallo warte wo seid ihr denn am arsch der welt wie teile ich das video ich will es teilen weil ich teile es gleich enttut ich schicke es dir einfach da kommt ich mache jetzt erst mal youtube okay und dann schreibst du das rein dann kann ich auch für mich genau da kommen sich wieder durch alles das ist ein tor also der hatte hier ich schickste schnell dass mich abonnieren kann ja ja ich bin team da verlassen wir nicht das party wenn er dann zockt ja hatte ein tor hier ich hab dir geschickt allerdings ist fast wieder leer handy und senden ich hab sie gesendet ich hab sie gesendet muss es jetzt bekommen haben und warte folgt mal auf youtube warte ich gucke guck mal meine leistung an ja natürlich sind er und alle die mich abonnieren sind er nicht meine freundin sondern an zu spüren wo ich will eine freundin sage ich mal ich war es ernst ich meine das ernst ja ein abonnent ja dann kennt man kann ich mich eigentlich nicht selbst abonnieren ja gut wir machen zum glück habe ich solche ehrenmann freunde die mich abonnieren ich habe ihn auch fußball skin ich weiß sprache ich brauche lernens babbel 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 sprachen lernens ja das ist dass das mein Freund zu langen, das möchte ich dir mal zeigen. Scheiß, falsche. Äh, da. Sag, ich glaube, ich bin zockt. Warte, warte, warte. Einmal da, warte. Hä, wo ist denn das? Warte, hier ist das. Hanna, ich bau für mich die Autos, na. Maschallah, diese B... Autobahn. Das ist nicht gut. Na, Auto? Ja. Für meine Autos. Herr Ento? Karte, Leischen. Karte, Leischen. Pippo da ist. Machst du auch Karte? Was? Leischen. Ja. Bei mir wird es gar nicht angezeigt in Party. Na, ich weiß... Es nannte so ein Bug. Buggy Bug. V-Bug. Ein V-Bug. Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Ich höre mich schon irgendwie so ein kleines Kind. Ich habe... Ich habe ein blaues Jagdgewehr und eine Schatzkarte. Und mein Mann sagt bei dem einen Tick-Tack, er will... Es kommt mal wieder ein Fortnite-Team, ne? Was eh nicht kommen wird, wenn er seine PC verkaufen muss. Ja. Er hat mir auch jetzt mal geschrieben, vielleicht darf er wieder Fortnite spielen. Denke ich aber mal nicht. Genau. Denke ich auch nicht. Wenn die Eltern noch mal viel Geld haben, wieso sollte er dann Fortnite spielen? Das kostet viel Internet. Ich höre, ich habe noch eine Anfangsspitzhacke. Äh, ich habe AK... äh... AK... ähm... Jagdgewehr. Ja, ich auch. Ich habe keine, ähm... Pump. Ich habe auch... Ich habe nur ein Jagdgewehr. Und eine Schatzkarte. Ja, ich habe nur ein Stromgewehr. Aber wenigstens haben wir gleich wieder Baba Loot. Wegen Schatz. Wollen wir zum Schatz? Warte, ich komme kurz hier noch. Die Kiste, meine Kiste. Ja, ich habe eh nichts genommen, warte. Wo ist der Schatz? Äh, hier hinten im Nordost. Keine Nordost. Keine Nordost, warte. Hier, gleich in der Nähe. Weil ich schaffte mir... Ja, dann lass mich, dann lass mich, dann lass mich. Wurft. Ja, warte, ich geh hin. Ja, hier vorne ist eins. Zwei Zucker. Zuckerblatt. Zucker! Auf mich wird gesnapt. Na schnell! Oh Mann. Oh, Fremdbahn ist das. Ich probiere ihn immer noch zu snipen. Klein, Ghost. Wa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Und da ist aber nur leider eine. ich ist noch nicht hatte ich gar wenn du willst ich kann mich an dies gar nicht umgehen ja egal jetzt brauchst du nie irgendwas ich habe nichts davon habe ich auch nicht viel jetzt ich will nur ein bisschen hoch hier kommen gegner das ist damit der uns abgeschossen hatte die wollen wirklich stress die denken hier können stress anfangen er hat sich runter gewollt richtig richtiger schlitzer ich bin lust ja jetzt noch dreckig richtige tippe ist wohl den gegner irgendwie solche sterben lassen probier es einfach ja sauberer hits ja easy jetzt finde ich ihn so wie die gefinigt haben für nichts du jetzt auch der hat mich gekillt das ist meine neue kommt er hat mich auch ich kann wieder aus weißt du bei wem ich von zweimal drin war in der runde bei einem youtuber ähm warte wie hieß er sie 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 weißt du wen ich meine sie kennst du den ja hi was geht wer guckt dir zu jemand also ja wer jemand also ja wie heißt er oder die jemand jemand also dann gucke ich einfach bestimmte Läuschen vorbei das macht doch mit moris zocken muss groß er muss nicht sein und ist eingefallene schlau mal jungen macht den tonleiter schaffst du es immer schnell werden schnapp ist am stadt ja am stadt ich denke ich mal sie schreibt mit hi 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 es wird ja auch wirklich so geschrieben meistens im heiligen wird mit you hi 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 auf nur in momen und hast du mir vorstrahl oder ja ja kein waffen muss groß ich kam von der die Vordertür malen und der andere von der Hintertür. Gehst du an der Hülle schon gut rum? Nö, das ist ja nur... Nimm die Beine davon weg, sonst machst du was kaputt. Ulrich, guck mal das, was du... Ja, wahrscheinlich. Ich bin nicht. Ja. Papa, extra noch mal... Lacken! Mange! Trist du? Trist du? Ja. 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 Lass mich jetzt! Lass... Lass es! Kannst du jetzt mal rausgehen, Noel? Ja. Hä? Hä? Mal raus! Darum bitte! Wohin? 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 Wenn nicht du wär' spielen. Hä? Ja, aber ohne sowas hier, lass deinen Loot fallen oder lass ich schon... Ja, ja. Ja, ja. Ich hab' mir noch gar keine... Ich hab' keiner... Ja, dann bitte. Ja. Er kommt mir noch Pistol an. Ja, wahrscheinlich er gibt mir den Pump hat. Hinter dir noch einen. Ah, ja. Nico, kommst du raus, dann können wir Team spielen. Nee, ich ne. E-M-E-N-G-H-O-L! E-M-E-N-G-H-O! Buhw, Avengers! Ist eklig! Jaaa... E-M-E-N-G-A-N-G-E-N-G-H-O! E-M-E-N-G-T-O! E-M-E-N-G-H-O! Wollen wir nachher noch mal raus? A-S-E-D-O-L! Also dann... Wir haben einen Kaffee, der kleine Junge hat. Super! Wunder! Wunder! Ja! 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 Nein! Wollen wir mal Bonny? Wollen wir mal machen? Ja, wartet dann. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Äh, Brüß.